Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei RideAlone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Röntchen mitfahren wollt. Wir befinden uns immer noch in Österreich. Ja, heute geht es wohl auf den größten Berg in Österreich, auf den Großglockner. Ja, und dann nehme ich euch ganz gerne mit. Ihr werdet hinten drauf sitzen. Der Makumak ist natürlich wieder dabei, so wie in den anderen Teilen davor. GT-Matze macht erstmal den Führer heute. Tor-Club ist wieder dabei, der Thomas ist dabei und der Jan ist dabei. Ja, zu den Maschinen habe ich ein bisschen was erzählt, wer was fährt. Jetzt wird erstmal getankt, voll gemacht, restreich weiter haben wir nur noch 96 Kilometer. Die Tour an sich wird so 320 Kilometer heute lang sein, knapp 6 Stunden. Wie gesagt, wir fahren zum Großglockner hoch und dann schauen wir mal weiter. Aktuell haben wir jetzt hier kurz nach 10, Viertel nach 10 und sind schon bei 22 Grad. Oben auf dem Großglockner sind es aktuell 5 bis 6 Grad. In der Spitze 8 Grad, lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich wird es doch ein bisschen wärmer dort oben werden. Ich habe mich auf jeden Fall auf Sommer getrimmt. Nur Funktionswäsche drunter, alle Innenfutter raus, alle Öffnungen auf, Sommerschühchen an und dann kann es losgehen. Ja, so, wie gesagt, jetzt wird erstmal getankt und dann werde ich euch gleich wieder zuschalten. Jetzt holen wir mal eben die Jungs mit rein. So, hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Super. Ja, auf geht's, Matze. Ist frei, Thomas? Ja. Ist frei, 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 frei Auto. Nee, Auto. Ja, geil, frei, 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 frei Auto. So wie gestern, wa? Ja, man darf sich sowieso nie auf den anderen verlassen. Nein, nee, mach ich auch nicht. Nee, mach ich auch nicht. Also selbst wenn der anderen ist frei, musst du selber gucken. Immer nochmal gucken können. Ja. Besser ist das. So, sind jetzt alle da? Ja, ja, macht's alles gut. Fahr da. Fahr in den Nachmittag. Och, ein Wienchen. Guck mal her. So, heute mal das wir von hinten aufräumen, so ein bisschen. Genau. Ich mache heute den Führer. Ist das herrlich, Leute. Ja, absolut. Schön. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ah, herrlich. Ach, der Wind ist noch so schön kalt. Was kommt da denn an, der V-Strom? Ja, 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 war der V-Strom. Er wollte abklatschen. Oh, das war Olli. Nur mit einem gelben Kennzeichen. Ja, mit Partnerin. Vielleicht hat er jetzt endlich die S-Prozesse rumbekommen. So, was sagt hier der Bordcomputer? 2,4 vorne, 2,8 hinten. 68 Grad. Wassertemperatur, oder was? Ja, Öltemperatur gibt es hier leider nicht. Nur Ölstand. So, den Reifen habe ich jetzt schon 6.300 Kilometer drauf. Ja, ich habe meinen Reifen jetzt 3.050 Kilometer drauf. Ja, meine Lieben, es musste ja kommen, wie es kommen musste. Ich habe einen Kabelbruch im Kopfhörer. Und genau auf der Seite, wo ich für euch die Stimmen abgreife. Das heißt, ich höre jetzt auch die anderen nur auf der linken Seite. Die Musik nur auf der linken Seite. Sprachansagen nur auf der linken Seite. Ja, wie gesagt, sprich alles nur auf einem Kopfhörer. Linkseitig und rechtseitig habe ich keinen Ton mehr. Und genau da habe ich das Signal abgegriffen von der GoPro. Das heißt, ihr werdet heute auf der Großglocknatur nur mit mir Vorlieb nehmen müssen. Die anderen werden wir heute nicht in der Leitung haben. Schade. Schade, schade. Aber zum Glück habe ich Ersatzkopfhörer mit. Ein fertig gelötetes Paar. Was ich mir noch kurz vor dem Urlaub zusammengelötet habe. Allerdings habe ich das Zuhause noch nicht mal getestet. Aber ich denke mal, das wird funktionieren. Das werde ich dann heute Abend einbauen. Beziehungsweise erst mal testen. Und dann hoffe ich mal, dass wir ab morgen dann wieder Ton haben. Beziehungsweise den Ton der anderen, die Stimmen der anderen. Naja. Oh, Markus, erst mal hinterher. So, was haben wir jetzt hier offen? 296 Kilometer, fünfeinhalb Stunden. Wieder eine Speedy. Die siehst du ja, aber wirklich wie Sand am Meer. 20 Grad, es wird langsam kühler. Unten waren es 24. 80. 40. 25. 20 Grad. 215 Kilometer. 2345 Kilometer. 285 Kilometer. 24. fahren США. 42 Kilometer. 30 Kilometer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Jetzt machen sich die Nebelscheibenwärfe echt bemerkbar, die sehen uns schon. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das gibt es ja gar nicht. Das sieht aus, ey. Das sieht aus, da gehen die einfach mal hier spazieren. Und alles schön in Reihe und Glied, also gut erzogen. Das ist ein freilaufender Hund unten. Ja, am Gastherhof. Das ist ein freilaufender Hund. 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 Wie ist meine faithfuldeckt? Das ist ein freilaufender Hund. Das ist ein freilaufender Hund. Das ist ein freilaufender Hund. Vielen Dank.